Zum letzten Mal als Vertreter des Landes hier, Kurt Beck. Gleich will er mit Schülern über Bürgerbeteiligung diskutieren. Aber ein Besucher setzt ein anderes Thema. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir... Halt's Maul, du Hurensohn! Ein Sturm von Kompnissen wird auf dich niederhageln. Meine stählende Faust wird ich in tausend Stücke zerreißen. Können wir nochmal, ja? Der Typ hat Zeug, da fliegen die Löffel weg.